So, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft 2.0. Nein, natürlich nicht 2.0, aber sowas in der Art und mit denselben Käse. Also, auf jeden Fall waren wir jetzt hier dabei, Wasser zu wässern, zu verwenden und wenn man Wasser verwendet, weiß man ja, da wird man nass und ganz feucht und Käse. Und dann, ja, da haben wir halt gefailt. Das versuche ich jetzt, deshalb versuche ich jetzt einen Anti-Fail daraus zu machen. Ah, hier haben wir schon wieder gefällt, da habe ich kein Holz mehr ab. Yay! Aua. Ne, das esse ich nicht, das lohnt sich nicht. Oh, meine. Ding ist hier, meine Axt geht langsam kaputt. So, das reicht mir jetzt. Ich muss gerade nachpflanzen. Und jetzt habe ich hier Frame Drops. Das ist nämlich daran zu gucken, wie viel Plattenplatz ich noch habe. Äh, der hat sich um 17 Gigabyte verringert, also habe ich noch 100 frei. So, so. Äh, ich sag so viel. Äh, weil ich so blöd bin und immer alles verschecke. Äh, 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 deswegen darfst du, äh, äh, verstehst du? Äh, ich sag so viel. Ne. So. So, wollen wir mal gucken, wie weit es jetzt fließt. Wollte gerade fliegen sagen, aber das hat hier damit nichts zu tun. Gar nicht, weil ich vergessen habe, Wasser reinzusetzen. Ach ja. Okay. Das fließt bis hier vorne. Das heißt, ich werde... Nee, ich werde bis hier. Okay. 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 Creeper, da unten. Der kann mir aber egal sein. Hauptsache es funktioniert hier oben alles. Aber die Erde hole ich hier raus, weil... Und weil ich keine Lust habe, hier Erde zu haben, sondern lieber einen dunklen, unbenutzten, ein Blakonenraum. Ja, das muss leider sein. Ich hätte noch eine Schaufel machen können, aber dazu bin ich jetzt zu faul. Oder vielleicht nicht. Natürlich bin ich jetzt zu faul. Viel zu faul. Ich bin insgesamt zu faul. Ich esse aber nie faule Sachen. Das finde ich faszinierend, dass faule Leute nie faule Sachen essen. Also... Der Sinn dahinter ist mir unbekannt, weil ich... Deshalb ist der Sinn ja auch unbekannt, weil ich... Und wenn ich... Dann muss ich... Und... Da bin ich so... Und dann denke ich mir so... Ja... Das ist mein Leben. So, das ist jetzt zwar nicht das perfekte, aufs Punkt gebrachte Ding, aber... Hä? Hä? Waaat? Und warum ist die Tür dabei aufgegangen? Ich bin doch... Brrrrrr... Das war's für heute. Und es leckt. Übertrieben. Wow, 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 wow. Leck? Ich hoffe, es ist jetzt nicht asynchronisch. Ich schaffe jetzt mal die Aufnahme. Ah, ja, so. So, ich hoffe, es ist jetzt nicht asynchronisiert worden. Immerhin kommt es bis hier vorne. Ha! Es lebt! So. Und, da das jetzt nicht alles in die Mitte läuft, sehe ich mich darum auch noch kommen, wenn ich wiederholzeihe. Gott, ey! Okay, dann klicke ich eben so. Ich werde mir auch für den Holzacken mal holen. Ne, werde ich nicht. Doch werde ich. Werde ich? Mal gucken. Häse. Einfach nicht überanstrengen. Bitte nicht das Zeug, die die Blätter unter mir verschwinden lassen. Bitte nicht die Blätter unter mir verschwinden lassen. Bitte nicht die Blätter unter mir verschwinden lassen. Bitte nicht die Blätter unter mir verschwinden lassen. Was ist das? Ja, das war's. Dann kann ich ja jetzt gehen. Ha, zack. Soll ich Leiter oder Schilder machen? Ich glaub, Schilder lohnen sich mehr. Wie, das war's? Oh, wups. Aber immer werden wir automatisch die Schilder, äh, in die Hand gedrückt. Finde ich super. Toll. Und schön. Hier brauche ich denn jetzt drei? Nee, ich glaub, zwei. Dann mach ich auch nur zwei. Langsam versagt meine Stimme. Dann wird das auch höchstwahrscheinlich der letzte Part, den ich jetzt heute noch aufnehmen werde. So ist schön. Nee, so ist nicht schön. So ist doof. Nee, so ist das nicht doof. Eigentlich ist das schon so doof, aber ich kann's ändern. Au. Ich brauch nur ein Schild dafür. Ich kann mir hier vollkommen egal. Ich kann's doof. So, geht eigentlich, dann fällt das halt alles so hier, aber kann mir hier vollkommen egal sein. Stonehole. Und jetzt kann ich das alles auch bepflanzen. Oder bewirken. Besieden. Besieden, das ist ein tolles Wort hier. Besieden. Das heißt zusammen aus B und 7. Das ist ein bisschen gefährlich. Ganz ernsthaft, dann baue ich das Haus. Ich muss einfach bald mal in die Breite. Nö, ich lass das so. Hier, bade so auch gleich. Hä? Hä? Oh, ich hab vergessen, Wasser zu setzen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Falle ich jetzt nicht. Nee, falle ich nicht. Aber man tropft es. Man tropft es eben. Ist mir egal. Hauptsache ist, dass es funktioniert. Wie läuft es denn da mit dem Wasserfluss? Fahre ich mich gerade. Ich mag die Musik. Ich mag die Musik. Die ist von Cortex Command. Also von dem Spiegel. Das ist ein Spiegel. Naja, Hauptsache ist, das Wasser läuft richtig. Hoffentlich. Dann tropft es eben in mein Heim. Aber es kann mir vollkommen egal sein. Muss es nicht, kann mir aber. Da es ja mich nicht einschränkt in irgendwelchen Funktionen. Die Musik passt doch absolut zum Pflanzen. Na toll. Ich höre gerade der Musik zu, deswegen sage ich nicht so viel. Weil ich die echt toll finde. Oh. Oh. Und rein theoretisch, wenn ich jetzt noch irgendwo, habe ich noch irgendwo, Zaun. Oh, Zaun ist mir erstmal wieder da, weil ich werde mir höchstwahrscheinlich über dein Höllenportal bauen. Der Part ist aber jetzt auch zu Ende. Und ich sage, schau Leute, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Minecraft.